Aber ich finde, es ist ja auch sein gutes Recht, als Trainer beim FC Bayern, du hast die höchsten Ansprüche zu erfüllen. Im Idealfall so zu drei Titel holen, dann finde ich, ist es auch sein gutes Recht zu sagen, Leute, mir fehlt da einfach einer, der diese Position, der diese Rolle ausfüllen kann. Und genauso rechts hinten, wenn du da nur einen Rechtsverteidiger hast, dann ist das halt zu wenig. Und dann ist es ein absolutes Recht, das zu sagen. Das sollte, finde ich, eigentlich auch mit Uli Hoeneß dann akzeptieren, dass jemand auch mal unangenehm ist. Dafür ist er eine wichtige Person in dem Verein. Und deswegen finde ich das auch legitim, dass er das macht.